Moin Leute, was geht? Heute startet endlich das 2e2-Turnier, deswegen kommt ihr vorbei. Es fehlen noch 8 Duos, die noch mitspielen können. Vielleicht sogar 10, mal schauen, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht der eine oder andere nicht da kommt. Mal schauen, müssen wir gleich kontrollieren. Ja, kommt ihr vorbei. Link zum Stream in der Beschreibung. Und ja, Preis gilt 20€, 2e2-Turnier, so ein paar was. Das ist eigentlich alles gesagt, im Stream sag ich mehr. Und ja, kommt ihr vorbei, wir sagen, es ist im Stream, bis gleich.